Herr Weihbischof Steinhäuser, Sie sind ja ganz neu und das erste Mal bei einer Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Wie geht es Ihnen? Ja, es ist erstmal eine Fülle neuer Eindrücke. Ich bin ja gerade mal vor einem Monat geweiht worden und jetzt habe ich also hier erstmal, was weiß ich, knapp 70 Mitbrüder kennenzulernen, von denen mir nur die wenigsten persönlich bekannt waren und eine endlose Tagesordnung mit zig Punkten. Man hat einen dicken Leitsordner an Vorlagen. Das ist schon eine echte Anforderung. Wie darf man sich denn das vorstellen? Was läuft denn hinter den verschlossenen Türen ab? Naja, der Vorsitzende moderiert das relativ straff. Die Tagesordnungspunkte werden hintereinander aufgerufen. Manches, das geht ruckzuck. Gegenstimmen keine so weiter. Und es gibt dann auch Texte, da wird dann mit einer anderen Intensität darüber diskutiert. Was denn zum Beispiel? Ja, es ging um einen Text jetzt zum Reformationsgedenken, Healing of Memories, also Heilung der Erinnerungen oder auch Heilung durch Erinnerungen. Ja, und da haben dann einige sehr genau hingeguckt und da gibt es auch nochmal einen weiteren Klärungsbedarf mit der evangelischen Kirche. Wo sitzen Sie denn genau? Wir haben irgendwie beim ersten Mal beim Fototermin haben wir gesehen, Sie sind ja relativ weit nach hinten gerutscht. Wie ist denn das? Rutscht man dann mit jeder Vollversammlung ein Stück nach vorne, oder? Das hängt davon ab, wie wir neu ernannt werden. Also man sitzt nach Ancienität, nach Ernennungsalter. Und ich als Jüngster sitze auf dem letzten Platz. Aber da es nur vier Reihen sind, ist es nicht so tragisch. Ist das nicht wie in der Schule, so in der letzten Reihe sitzen die? Ja, sagen wir mal, man hat den Rücken frei und man kann natürlich mit den Nachbarn auch schwätzen. Das hat auch Vorteile, ähnlich wie in der Schule. Neben wen sitzen Sie denn? Ich sitze neben Weihbischof Benz aus Mainz. Und haben Sie schon ein Thema gefunden, das Sie auch einbringen möchten in die Vollversammlung, wo Sie sagen, da liegt mein Herz dran. Das ist mir ganz arg wichtig. Das bringe ich hier ein. So weit bin ich noch nicht. Also ich bin erst noch in einer Orientierungsphase und mein Herzblut wird noch nicht vergossen. Gut, dann wünschen wir Ihnen noch eine gute Vollversammlung. Danke für das Interview und bis zur nächsten Herbstvollversammlung. Danke. Ich freue mich, dass Sie mit mir gesprochen haben.